Oh, Mann. Oh, yeah! Ah, gehen wir einfach wieder mal. Genau! Ne? Die Apokalypse! Ach ja, die anderen rennen. Ach, da sind wir noch Kisten! Tja, zu spät. Zu spät. Toll, und du weißt ja, was jetzt kommt, ne? Nö. Echt nicht mehr? Nö. Ein bisschen rumballern, mit ganz vielen Gästen. Was? Nein, nein. Vielleicht kommen die hier bei uns gar nicht. Die machen das schon. Die anderen beiden. Ähm... Äh... So. Oh, nee. Ja. Ja, ein bisschen Handgemenge, ne? Das ist meine Sache. Und ich will jetzt nicht an diesen Trottel oder meinen Vater denken. Dafür hab ich Zeit, wenn wir hier jemals rauskommen. Oh, fuck. Hä? Oh, Mist. Gute Sache. So. Oh, shit. Oh, shit. Scharfschützen. Oh. Oh. Oh, wow. Boah. Das ist nicht... nett. So behandelt man keine Lady. Ich guck mal nach den Scharfschützen so ein bisschen. Hm. Nein. Ja. Direkt hinter uns. Okay. Keine Muni mehr. Keine Ausdruck mehr. Au. Au. Oh, shit. Ich bin auch kurz so tot hier. Oh, ja. Ich brauch Hilfe. Oh, shit. Das war's. Okay. Ich dachte, vielleicht wird die ein bisschen... Vielleicht soll die es noch unten und dann muss man nicht drücken. Also nicht hebeln. Wie, was? Das wär echt ganz nett, dass wir erstmal noch gucken nach den Kisten. Ach so. Ja. Ja. Okay. Ja, lass mal rumrennen. Ja. Erstmal müssen wir uns das ätzende Ding da wieder angucken. Kann man das überspringen? Ja. Ich drück schon mal. Warte, dann ist das schon mal erledigt. Alles okay? Wenn wir es nicht stoppen. Ein Knopf da. Ja. So viel ist ja auch oder nicht, ey? Es ist... Hier sind zwei Kassen. Hier geht's grad auch mal eine zweite Kunde. Ah, hier geht's nicht rein. Hm. Wow, Erfahrungspunkte. Naja, immerhin. Nö. Auf jeden Fall nehme ich jetzt erstmal meinen Schlagstoff. Hier drüben! So, ich werd mal ganz kurz alles nachladen noch. Oh, guter Punkt. Hab nichts mehr zum Nachladen. Na, ich kann quasi jedes Mal einmal komplett vollladen und das war's. Naja. Reicht doch. Ich kann mich nur noch dreimal heilen. Hm, ich hab noch ein bisschen Bock. Auf jeden Fall wird es nie langweilig, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Was meinen die da auch nicht? Jetzt müssen wir ab. Oh, wie sieh doch nicht die anderen da an. Die interessieren uns nicht. Oh, sehr gut. Ich hab den anderen Typ auch mal runtergeschmissen. Wir können das auch nochmal abwechseln, damit halt den Ausdauer gespart werden kann, ja. Na, meine Ausdauer ist jetzt gleich wieder voll, wenn wir müssen wo es kommen. Ja. Ganz ruhig. Da hinten ist... Einer mit dem Granatwerfer. Ich will mit. Ich will da hinten raus. Nope. Da unten. Komm so. Boah, ich hau immer auf deinen. Das ist ganz furchtbar. Ist okay. Ne. Ich wollt grad sagen, bevor er sich verwandelt hat, aber nope. Schmissen einfach runter. Genau. Sehr schön. Scharfschütze. Mhm. Das war der, den... einer von den anderen erledigt hat, aber der nächste, der gleich kommt. Shit. Was davon ist mein Scharfschützengewehr? Das da. Oh. Auwa. Oh fuck. Hey, wovon? Au. Von da unten. Da unten. Warte, ich mach. Shit. Oh scheiße, ich treffe den nicht. Ah, der Typ mir auch direkt im Weg hier rumstehen muss. Das ist unmöglich. Ja. Ein bisschen was eingesackt hier. Dieses bewegenden Ding, ey. Ich drehe hier noch durch. Jep. Man steht doch ab und zu. Jetzt hab ich ihn schon da verloren. Nein, nein. Ach, okay, ich hab ihn. Ein Scharfschützen? Ja, bestimmt auch nichts mehr gebracht jetzt am Ende, aber naja. Wir müssen eigentlich gleich rauskommen, oder? Ja, guck mal hier drüben. Wir sind da. Och. Juhu! Aber das hat doch nur die anderen verfolgt. Wir sind doch jetzt weggerannt worden. Chops. Ach Gott sei Dank. Hey! Denk an deinen Auftrag. Ach. Die beiden können das Ding nicht besiegen. Wir gehen nicht zurück. Aber die beiden werden sterben. Und das ist Ihre Entscheidung. Sie sind bereit sich zu opfern. Und wir können sie nicht daran hinnehmen. Ja, bin ich aber auch der Meinung, er hat recht. Ich meine, wenn die sich unbedingt opfern wollen, das würd ich machen. Bisschen mehr Heilung, wer nicht. Warte, wie viel Heilung mäßig sieht's bei dir aus? Brauchst du nen Tic Tac? Ja, warte, ich werf mal einen. Ah, schön wie sich das wieder... Ah, Küsten. Ich krieg nur für die uncoolen Sachen mal, Muni. Tu, egal bei was ich kriege. Wollen wir jetzt spielen, The Floor is Lara? Okay, also hinrennen, mehr oder weniger? Also erst mal runter, ja. Jetzt senkt sich das Ding und währenddessen müssen wir laufen. Das hab ich mir nämlich auch schon gedacht. Oder irgendwie, dass irgendwas jetzt noch kommt. Sieht nicht nach Spaß aus. Oh nein. Wie kommt denn der hierher? Ja. Erst mal rennen. Hm. Ich nach rechts, wo man denkt? Wahrscheinlich sowieso. Ich wette, wir werden eh getrennt. Was? Na toll. Kann der seine Fetischkeule mal wegpacken? Habe ich denn nicht gezielter Schuss durch den Kopf? Ah, Mädel, lauf doch bitte in die richtige Richtung. Äh, hier geht's nicht lang. Kacke. Gut, ich bin nach links gelaufen. Ja, das war auch die richtige Entscheidung. Alles richtig gemacht. Wuh! Ja, jetzt muss man den Weg kennenlernen hier. Das andere geht dann wieder kaputt. Ich brauch dich. Bin gleich da. Beim nächsten Mal machen wir's dann gleich richtig. Ja. Machen war nichts verloren, glaube ich. Oh. Ah, gut. Wir dauern sie, dauern sie. Okay, weg, okay. Oh, toll. Kissen. Ah! Was denn? Was wir müssen? Achso. Lauf, Mädel, lauf. Lass mich mal durch. Der schmeißt durch seine Keule wieder, glaube ich. Oh, jetzt rennt er. Oh, oh. What? Ich glaube, wir müssen ja auf ihn schießen, ne? Ja. Fägt er auf. Ah, Mann. Das tut ordentlich weh. Oh, fuck. Lauf, Mädel. Ich hab hier ein Abzeichen bekommen. Hallo, hier bin ich! Ah! Mhm. Ah! Wird's wieder wegkommen, oder wie? Ja, schon viel besser. Nee. Ah. Ernsthaft? Oh! Nicht dein Ernst? Nee! Au! Ah! Ah! Können wir bei diesem Lava noch auch was machen? Nee, oder? Ah! Ach, Mann. Der braucht immer so lang. Oh, oh, oh. Das war's. Was war's denn? Nein, Arni, nein, nein, nein! Oh! Ähm. Hast du was abgekommen? Nee. Ja, nee, denn nicht. Ich hab meine letzten drei Sachen genommen, ist okay. Das Problem ist, da ich mit dem scheiß Scharfschützengewehr halt kämpfe gerade. Warum tust du das? Weil ich dachte nur, dass es cool wäre. Weil ich mir schade macht. Ganz schön, mein Lieber. Ja, gleich tot. Was? Eeeeh... Eeeeh... Ja, ne, ich hab vorne vollgelegt. Nein, meine einzige Handfeuerwaffe. Das ist mir jetzt viel zu aufregend. Oh, oh. Das ist mir jetzt viel zu aufregend. Das ist ein Arsch. Das ist schon besser. Ich bin sich überfreut. Klären wir das mit den Häusern. Viel Spaß bei den... Ich hab doch nie im Leben ne Chance. Ich muss irgendwas machen. Ah, okay. 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 Ich versuch nicht zu beeilen. Ich wusste, was da läuft. Danke! Oh, Tür! Ähm... Was? Was? Also ich kann irgendwie Leertaste und er irgendwie machen, aber... Ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Eigentlich. Und jetzt? Au. Und jetzt? Ich weiß nicht. Was soll ich machen? Oh, shit. Hä? Okay. Der hasst du, ne? Oh, gut. Das tat ein bisschen weh. Ich versteh's nicht. Hast du denn das wieder? Okay. Ich mach die ganze Zeit, aber irgendwie... Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann doch nichts mehr machen. Ich glaub, wir müssen... Ich glaub, ich muss einfach runterkommen, oder? Ich kann jetzt rennen. Aber... Ich weiß auch nicht wohin. Ah! Da ist ne Leiter! Wie? Äh, warte. Ich kann hin. Ich weiß nicht, ob ich... Ich muss wahrscheinlich zu dir runter, oder? Ach Mist! Oder da hinter ihm, hinter ihm quasi. Aber ich weiß nicht, ob du da hin... Ich kann die ganze Zeit rüber, hin und her springen. Komm schon, Jake! Ist echt anstrengend. Ach da, die Leiter! Ja genau, ich kann nicht runter. Also du musst hier hoch, irgendwie. Also ich konnte... Oh Mist! Irgendwie ab und zu rüberspringen, aber es hat mir irgendwie wenig gebracht. Wie? Ich war am Ende von der Versteigerung, wo bin ich gerade mit ihm bekämpfe hier. Aber ich wollte hier nicht rüberspringen. Ne, 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 ne! Die Leiter hinter ihm! Du musst um ihn drumrum. Und hier hin, dort zu mir! Hier ist ne Leiter! Genau! Da kam ich nicht rüber! Wie jetzt? Du kamst ja nicht rüber. Au, Mist! Jetzt bin ich abgelenkt. Vielleicht muss er auf so ein anderes, äh... Lappen daraus, den da drauf springen. Das hat er keinen Bock mehr. Okay. Also ich konnte die ganze Zeit monetär über ihn drüber springen dann auch, zwischendurch. Ne, weil eigentlich musst du da rüber. Oder... Warte, vielleicht muss ich mit dem Container was anderes machen? Weil ich kann halt diesen Container machen. Ich weiß, ich dachte aber eigentlich... Vielleicht zwischen die beiden Dinger schieben, würde ich sagen. Genau! Das ist wahrscheinlich ihr. Okay, ne, dann, dann ist er... Aua! Dann muss ich das machen. Ich dachte halt auf ihn irgendwie. Oh, ist auch dem nicht. Danke! Na, trittig? Ich hab von Lünen einfach erst mal ne Weile. So, dann probiere ich das jetzt... Ne? Bitte, mach mal. Machst du nichts dahin? Nee, es hat nichts gebracht. Ist wirklich gar nichts. Ist ja witzlos. Nee, also, hä? Hast du noch mehr Container irgendwie? No. Ah, doch! Okay. Ich kann halt nur das machen, ne? So. Und jetzt... Das war's halt. Du hast ihn erwischt. Ja, aber das war's halt. Mehr kann ich halt nicht machen. Boah, das war super special. Mega awesome. Geht doch. Warum hast du das eben nicht gemacht? Gingen wir nicht? Keine Ahne. Hä? He he he. He he he. He he. Ja, weiß auch nicht. Ich hab ja nicht so viel mit ihm gespielt, so. Ja. Ja. He he. He he. Hier, Terminator. Ich würd da ja weggehen. Na? Na? Ah. Ja, jetzt spring... Ach, jetzt bin ich auf dem anderen Ding. Wie kommt denn das alles gut? Ja, ist doch perfekt. Das ist alles, wie wir uns gewollt. Das ist dann schönes Bad genommen. Hallo. Der wenigstens ist immer der Typ, ey. Jake! Jake! Das ist aber ein schöner Endkampf. Also, wenn's das war. Na, wenn das schon der Endkampf war. Zumindest mit ihm, wenn's das jetzt in der letzten Begegung... Oh, mit der Hand mach ich das! Geht nicht, ne? Wir haben ja nichts anderes. Ja! Stimmt. Das ist jetzt eine Art Lager. Wir müssen hier Sachen rein und raus kommen. Stimmt! Ja, haben wir hier auch Waffen? Ja, genau, Waffen. Ich bin halt ungeduldig. Ich bin gleich wieder, ne? Ich seh schon die Hebel. Jake! Jake! Jake, ich bin deine Mutter. Wow! Es ist mal ne schnelle Achterbahn. Oh nein! Wow! Es ist mal ne schnelle Achterbahn. Wo? Ja, ist klar. Ist klar, ist klar. Komm, Leute. Das wird doch einfach nur noch lächerlich hier. Kann das nicht einfach sterben? Ja, verdammt! Wie wird denn bloß los? Ustanak? Der hat nen Namen? Was? Der heißt Ustanak. 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 Keine Ahnung. Was ist das für ein Kunde der, wenn der so einen komischen Namen hat? Ich habe keine Ahnung. Hey, da die Ladung! Denkst du auf, was ich denke? Ich denke nur, ich will nicht sterben. Aber okay. Ist das was noch? Ich habe jetzt nicht so viel gebracht, ne? Vielleicht kommt da noch mehr. Ich habe irgendwie gefühlt nichts mehr erkenne. Also, das sieht richtig schlecht aus gerade bei mir. Ich habe auch jetzt die Streifen einfach. Ja, genau. Das ist einfach nur... Das ist das Spiel einfach. Ja. Ah ja. Jake! 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 Boah. Aber echt. Los, Bruder! Was dachte der schon wieder für den Arm, ey? Was dachte der schon wieder für den Arm, ey? Achso, die Kette, wo der Balls vorher dran war. Ja. Das heißt, das sieht das furchtbar aus, ey. Aber gut, dass es nicht so wie bei mir aussieht. Klar. Ja. Ah, Waffen. Natürlich. Ganz zufällig. Äh, mein Gesicht. Oh, bitte, ich werde nicht schießen lassen. Das ist nicht geladen. Oh. Das ist nicht geladen. Oh. Ich habe einfach auf gut Glück die linke Maustaste gedrückt. Und das war richtig. Ach, bitte. Ach, bitte. Du hast mich gerettet. Du weißt das, oder? Du weißt das, oder? Du weißt das, oder? Du weißt das, oder? Oh. Oh, finde ich auch echt süß. Sehr niedlich. Also, man hat schon irgendwie von allen mit am wenigsten von Jake irgendwie erwartet, so, aber dass sich sowas so entwickelt? Oh. Ja. 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 Ja, also, ich glaube das ewig lange Abspann-Dings können wir euch diesmal ersparen. Aber kommt nicht danach wieder noch irgendwas? Ja, aber ich... Also, es kann es ja schreien. Ja, weil ich will mir jetzt schon zusammenschneiden. Perfekt. Ja, vor allem mal gucken, ob wir nicht danach schon wieder mit dem nächsten Teil weitermachen mit Ada dann direkt. Uh. Uh, ja. Also, da haben wir auch schon was gefunden. Ich glaube, dann werde ich Ada wieder übernehmen, oder? Möchtest du noch? Ne, 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 ne. Du machst das schon. Ja, und dann... Ich muss so einen randomen Soldaten oder so. Ist doch geil. Genau. Also, mal gucken. Wie fair du da dann mitsprechen darfst dann. Mitsprechen sowieso nicht. Das macht alles los. Dann hab ich eine niedrige Frau. Darf ich ihnen etwas reichen? Ich glaube nicht. Ja, dann erstmal Duck wirst du sehen und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jake Weskers Blutprobe wurde den führenden Forschern der UN übergeben. Zusammen mit den Testergebnissen von 6 Monaten aus den Archiven von Neo Umbrella. Jetzt sind die Daten in den richtigen Händen und die Lage scheint sich endlich zu beruhigen. Nach Jakes Rettung haben BSAA-Beamte seine Beziehung zu Orbert Wesker als streng geheim eingestuft, da sie eine Bedrohung für die globale Sicherheit darstellen könnte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020